Willkommen bei The Game und willkommen bei der Red List Challenge. Ihr habt es so gewollt. Hier sind wir. Worum geht es bei dieser Challenge? Es geht darum, dass ihr uns Löcher in den Bauch fragt, was denn auf diesen Red Lists steht und was auf den Black Lists steht. Und dass ihr wahrscheinlich immer noch nicht verstanden habt, dass wir nichts einfach so rausgehen. Wenn ihr was haben wollt, müsst ihr darum kämpfen. Das beginnt jetzt. Die erste Challenge, zu der wir euch herausfordern, ist eine Burpee Challenge. Wir haben im Team Sascha Tompel und Jana, die uneheliche Tochter von Chuck Norris. Das sind die Gegner, gegen die ihr antretet. Von euch werden wir ein Team auslosen, von allen, die schon angemeldet sind. Und das Team fordern wir heraus. Wie gesagt, bei der ersten Challenge geht es um Burpees. Das sieht so aus. In die Liegestütz. Einmal ablegen, wieder hoch und ein Hockstrecksprung dran. Die Challenge läuft folgendermaßen. Jeder von, also entweder Sascha oder Jana, je nachdem wer beginnt, macht zehn Burpees. Dann setzt der andere ein. Das machen sie so lange, wie sie Zehnerpakete Burpees schaffen. Wenn einer aufhört, macht der andere noch so lange Burpees weiter, bis er nicht mehr kann. Und diese beiden Zahlen werden zusammengelegt. Das ist die Zahl, die wir vorgeben. Und dann seid ihr dran. The Game Burpee Challenge. Lasst die Spiele beginnen. Wir haben frostige Temperaturen. Die beiden haben echt eine Herausforderung vor sich. Links Jana, rechts Sascha. Auf geht. Sascha fängt an? Ich fange an. Okay. Thema ist zehn Burpees am Stück. Dann kommt der andere dran. Diese Zehnerpakete so lange, wie es geht. Und derjenige, der als erstes sagt, er kann kein Zehnerpaket mehr, gibt den Staffelstab an seinen Teamkollegen. Und er kann dann so lange noch weitermachen, bis der letzte Burpee aus dem Körper gequetscht ist. Wichtig ist ablegen, die Burpees. Also jetzt ablegen, Hände kurz hoch und dann in die Liegestütze, Hockstrecksprung. Genau, so sieht das gut aus. Erstes Paket. Ja, das ist der fünfte. Und das zweite Paket, das erste von Jana. Sascha ist wieder dran. Das zweite Paket. Okay. Paket Nummer 3. 30 Burpees. Jana geht die 40 an. Ihre zweite Runde. Das waren 40. Der Boden taut auf. Die Nase auch. Ja, wir haben minus 2 Grad. Gott sei Dank windstill. Das dritte Paket von Sascha. 50 Stück. Gesamt. Teamleistung. Nochmal zur Erinnerung. Wenn Sascha jetzt sagt, er könnte keine 10 mehr, dann dürfte Jana jetzt bis zum Ende durchziehen. Aber Sascha kann sicherlich noch. Es ist der Trompel. Der Trompel. Jana hat übrigens gerade eine 100-Tages-Burpee-Challenge hinter sich. Wo zum Schluss 100 Burpees am Stück auf sie gewartet haben. Es war kein Problem. Wir erwarten viel. Auch Janas dritte Paket. 60 Stück haben wir. Das fünfte Paket. Sascha, war das das fünfte? Das fünfte Paket. Sascha, war das das fünfte? Dann habe ich falsch gezählt. Dann habe ich mal angefangen. Dann muss ich die Umfrage zahlen. Aber dann sind es nicht 60. Dann muss ich korrigieren. Mein Gebrabbel von vorhin. Wenn das Janas fünftes Paket ist. Und das ist es ja. Jetzt sind wir ja bei 100 insgesamt. Hat jeder von euch jetzt 50? Ich bin 40. Ich bin 50. Sechster Durchgang von Sascha. Wir sind bei 110 Burpees. Teamleistung. So, jetzt haben wir es. 1, 2, 3. Wir müssen das tatsächlich am Ende nochmal zusammenzählen. Weißt du, wieviel Durchgang das für dich war? Ich bin eigentlich der Meinung der 5. Okay, das denke ich nämlich auch, dann war das vorhin doch richtig. Oh Gott, entschuldigt, mit dem Zählen haben wir es nicht so, aber wir haben ja dafür genau einen Videobeweis. Weil du hast nicht die ungeraden Zahlen, jeder von euch macht den ersten, jeder macht den zweiten. So, dann gehen wir jetzt auf die 120. Okay, zählen ist nicht unsers, aber Burpees können wir. Also 60. Das war der sechste Durchgang jetzt, für jeden von euch. Sie ist gerade am sechsten. Durchgang und vervollständigt damit die 120. Wir sind bei knapp neun Minuten jetzt. Wir sind bei knapp neun Minuten jetzt. Fuck. Das muss sein. Das gehört zu den Burpees dazu. 120. Die Option ist, dass jetzt Sascha zulassen. Die Option ist jetzt zu sagen, du machst kein Paket mehr und dann kann Sascha jetzt durchziehen. Okay. Dann ist das der siebte Durchgang. 130. Ich habe gerade nichts anderes zu tun. Ich habe gerade nichts anderes zu tun. Das sind 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 149. 159. 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 156. Jetzt muss es nicht mehr auf 10 enden, sondern jetzt endet es dann, wenn Sascha sagt, das war der Letzte. 160. Er will das wissen. 162. Die Knie helfen mit. 163. 164. 165. 166. Das heißt 26 jetzt am Stück. 167. Das ist der 168. Und der 28. Und der 28. am Stück. Nachdem er schon 70 gemacht hat. Sascha ist bei über 100 Burpees. 171. 171. Was quetscht dieser Burpee-Körper noch raus? 172. 173. 174. Der 34. am Stück. 175. Was geht da noch? 174. 176. 177. Nehmt das, Leute. Nehmt das. 178. 174. 174. 179. 180 Burpees in Team-Leistung. Wahnsinn! 180 Burpees stehen im Raum. Viel Spaß! 185. Altra Libero. 18 Masch. 191. 215. 208. 206. 227. 236. 228. 227. Untertitelung des ZDF, 2020